Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem ganz besonderen Video. Es geht nämlich weiter mit Kotlin, aber heute auch mit Java und Kotlin. Und das Tolle ist natürlich, wir wollen eigentlich Projekte, die bereits bestehen. Also Java-Projekte, die bereits bestehen, wollen wir nach und nach natürlich umschreiben in die modernere Sprache Kotlin. Aber natürlich, das versteht jeder, glaube ich, der schon mal in dem Betrieb gearbeitet hat, das ist super, super hart, so viel Code umzuschreiben und man muss natürlich auch immer neue Features liefern. Und da ist Kotlin natürlich eine Sprache, die glänzt einfach nur. Denn ihr könnt jeden Java-Code in Kotlin aufrufen und genauso jeden Kotlin-Code in Java aufrufen. Und das möchte ich euch dieses und nächstes Mal zeigen. Dieses Mal, wie ihr eben Java-Code in Kotlin aufrufen könnt. Das heißt, wir nehmen einfach an, dass wir hier in Kotlin eine Main haben und diese Main dann irgendwie Java-Code aufrufen soll. Das heißt, wir sagen hier einfach mal jav.naja, was könnten wir da wohl machen? Add zum Beispiel. Ja, irgendeine relativ langweilige Static-Methode. Wir schreiben hier vielleicht, ja, lasst uns das einfach mal tatsächlich so machen. Und das sind eigentlich keine Konventionen, Kollege. Ich muss hier eigentlich mal diese Klasse hier großschreiben, denn in Java ist Klassenname gleich Dateiname. So, GlasJav, ja, für Java-Code quasi. Und hier ist einfach eins, ein Public Static Int Add mit einem Int A und einem Int B. Und ja, das wird vielleicht für viele jetzt neu sein. Das ist einfach Java-Code. Wer Java gucken möchte, ich habe auch Java-Videos. Aber ja, das müsst ihr jetzt auch nicht wissen. Normalerweise, wenn ihr das hier machen wollt, dann könnt ihr schon Java oder ihr müsst das nicht mal können. Also, ja, da werde ich jetzt nicht genau drauf eingehen. Was wir hier machen, ist im Endeffekt, wir geben einfach nur zurück A plus B. Okay, vielleicht kommt es euch auch ein bisschen bekannt vor. Okay, so. Was wir jetzt hier haben, ist im Endeffekt eine Methode in Java, die einfach zwei Integer aufeinander addiert. Nichts Besonderes, das soll nur einfach ein Beispiel sein für eine Methode, die natürlich hier Java-Code enthält. So, und was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen natürlich hier in Kotlin, das ist jetzt Kotlin, also ihr seht es an der Syntax von Main, ja, wollen wir hier einfach die Methode in Java oder von Java aufrufen. Ihr seht sogar, dass Syntax-Highlighting funktioniert. Also, mir wird hier angezeigt, das ist die Variable A, das ist Variable B. Okay, und wenn ich das hier starte, run Kotlin, dann sehen wir hier unten auch, Sekunde, dann sehen wir hier unten auch, dass gar nichts passiert, weil ich ein kleiner Idiot bin und Printline vergessen habe. Aber jetzt sehen wir, dass da unten direkt einfach 1379 ausgegeben wird. Sprich, wir haben gerade Java-Code geschrieben und den in Kotlin einfach verwendet. Und das ist komplett so möglich mit allen Bibliotheken, die ihr überhaupt noch haben wollt, überhaupt kein Thema. Und ja, das ist eigentlich auch super, super einfach. Also, ihr müsst nichts tun dafür, es funktioniert einfach out of the box. Ja, das war es eigentlich, was ich euch zeigen wollte. Nächstes Mal gibt es den anderen Weg und wir hören uns. Bis dann, ciao.